In diesem Beispiel muss man herausfinden, ob die folgenden Brüche gleichwertig sind. Also wie heißt der Erweiterungs- oder Kürzungsfaktor oder einfach gesagt mit welcher Zahl wurde erweitert oder durch welche Zahl wurde gekürzt. Es kann aber auch sein, dass ein Beispiel falsch ist. Probiert mal eine Lösung zu finden und drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommen die Lösungen. Man kann hier gut erkennen, dass die Zahlen im Nenner und im Zähler größer werden. Also wurde hier erweitert. Mit welcher Zahl wurde erweitert? Dazu müssen wir uns nur überlegen, mit welcher Zahl ich 3 und 4 multiplizieren muss, um auf 18 und 24 zu kommen. Das Ergebnis ist 6 und diese beiden Brüche sind gleichwertig. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Hier sollen 18 27 gleich wie 6 Neuntel sein. Ihr seht, die Zahlen im Nenner und im Zähler werden kleiner, also wird hier durch eine bestimmte Zahl gekürzt. Und diese Zahl finden wir heraus, indem man sich überlegt, durch welche Zahl muss ich 18 und 27 dividieren, um auf 6 und 9 zu kommen. Und die richtige Lösung ist 3. Diese Brüche sind wieder gleichwertig. Betrachten wir uns das dritte Beispiel. 16 20 sollen 4 Sechstel sein. Scheinbar wird hier gekürzt. Aber wenn man sich überlegt, durch welche Zahl hier dividiert werden soll, um von 16 auf 4 zu kommen und von 20 auf 6 zu kommen, merkt man, dass hier nicht durch die gleichen Zahlen dividiert wird. Das bedeutet, diese Brüche sind nicht gleichwertig und somit ist das Beispiel falsch. Im letzten Beispiel sieht man wieder sehr schön, dass die Zahlen in Nenner und Zähler wieder größer werden, also wurde hier erweitert. Um herauszufinden, mit welcher Zahl erweitert worden ist, muss man sich nur überlegen, mit welcher Zahl muss ich 6 und 8 multiplizieren, um auf 30 und 40 zu kommen. Die richtige Antwort ist 5. Und diese beiden Brüche sind wieder gleichwertig. Das nächste Beispiel lautet, Nina, Lisa und Sandra nehmen an einem Kuchenwettessen teil. Jede bekommt einen gleich großen Kuchen. Nina hat 8 Zwölftel, Lisa hat 16 24 Stel und Sandra hat 2 Drittel vom Kuchen geschafft. Wer hat den Wettbewerb nun gewonnen? Wenn ihr das Beispiel schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt die Lösung. Um herauszufinden, wer von den dreien gewonnen hat, muss man nur schauen, ob die Brüche gleichwertig sind oder nicht. In diesem Fall sind alle drei gleichwertig, das bedeutet, sie haben alle gewonnen. Dazu habe ich die Brüche nach der Größe des Nenners geordnet. Man kann dann gut erkennen, mit welchen Zahlen hier erweitert worden ist. Und grafisch sieht das Ganze so aus. Man sieht hier sehr gut, dass die Brüche gleichwertig sind.